Hä? Aber, 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 hä? Wie soll ich dann da reinkommen, wenn, wenn... Hab ich's falsch rumver... Ja, ich hab's falsch rumverknüpft, glaub ich denn. Komm, mach auf, mach auf, ja, ja, bist du feiner Kerl, ja! Oh, Gott! So, this is why people don't like me. Oh, herrlich. So, kann ich's eigentlich wieder... Nein, brauche ich auch nicht. Gut. Bam, 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 bam. Ah, schnell raus. So, wie, wie, äh, wie komm ich denn jetzt hier rein? Den hab ich noch nicht. Wo ist denn der Fuse da vor? Doch, alle Fuses gehackt. Ja, das ist jetzt in Ordnung, so weit. Hm. Lalalalalala, wir schauen, was passiert. Vielleicht. Hm, hat er nicht gehört. Okay, aber, hä? Wie komm ich denn jetzt hier rein? Uffs. Achso, okay. Ja, ich versteh schon. Ich, ich versteh. So, diese Verbindung lösen wir gleich wieder. Das lösen wir auch mal. Und machen den hier mit dem. Und den dann mit dem. Ich verstehe. Ja, so. Und den hier mit... Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Hä? Was? Wie? Hä? Achso, ähm, nee. Bis. Lock den nicht raus. Nein, 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 ich aktiviere. Nein, 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 komm, nie in die Frage. Das lösen wir mal. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. So vielleicht. Ach, das ist kompliziert hier. Aber vielleicht lockt es die Wache raus. Nein? Nicht? Loll. Ich kann nur runter scrollen, wenn ich in dem Modus bin. Äh, 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 ich muss irgendwie die Wache da unten in Bewegung bringen. Was macht das? Äh, 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 ich verstehe es euch. Ich kann von hier außen nichts machen. Ich kann Rot aktivieren, ich kann Grün aktivieren. Ich kann die Woche aus... Ne, kann ich nicht. So müssten sie gleichzeitig durchlaufen. Ich kann Gelb aktivieren und deaktivieren. Nochmal, nochmal. Ach, Alarm. Alarm, Alarm. Kennt das eigentlich jemand? Alarm, Alarm. Yo. Ähm, gut. So weit, so gut. Die Wache bewegt sich jetzt. Und öffnet mir den Zugang hier. Zack. Huch! Das war... Ja, lief alles wie geplant. Also, Auto Saved One Second Ago. Nö. Auto Saved One Second Ago. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Juhu! Okay, Auto Saved Six Seconds Ago. Oh. 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 Loll, der von unten hat mich erschossen. Och Gott. Okay, die Mission, die hat's in sich. Muss ich schon zugeben. Wie mache ich denn das am besten? Ich muss die Wachen einsperren. Und die auf den anderen Level... Okay, denn auf dem ersten Level kann ich gar nicht einsperren. Okay, mein Auto ist safe for seconds ago. Wo bin ich denn? Ach, da unten. Oh, oh. Okay, nee. Seven seconds? Wo bin ich? Wo bin ich? Da unten. Nee, das war nicht so schlimm. Äh, hallo? Okay. Okay. 15 Sekunden vorher. Ich muss die Wachen erst einsperren. Brauchen wir ja ewig, aber... Es hilft ja nix. Okay. Erst halt muss ich die einsperren. Nee, so wird das nix. Ich muss... Ich muss warten. Ich muss warten. Zack, der ist eingesperrt. Jetzt kann ich den einsperren, sobald der wieder da drüben ist, weil der läuft jetzt oft genug hier in dem Bereich rum. Der oben ist halt eine Gefahr. So, oben eingesperrt, den eingesperrt, der unten ist eine Gefahr und der ganz oben ist eine Gefahr. Den ganz oben kann ich nicht einsperren, denn ganz unten könnte ich einsperren. Was vielleicht gar nicht so dumm ist, weil der hat eigentlich schon seinen Job erledigt. Also, ja. Sobald der da drüben ist. Bumm. So geht's natürlich auch. Ach, ich liebe das Spiel. Das ist echt herrlich. Das hier kann ich leider überhaupt nicht aktivieren. Gibt's da irgendwo noch den Fuse dazu? So unten ist der Prototype. Ja, ich muss ihn vielleicht anbe... Scheiße. Ich hab mir den Weg verbaut. Fuck. Nein, nicht safe. Load safe, girl. 12 seconds ago. Der unten ist schon koh. Fick doch die Hände. Okay. Okay, das war jetzt echt nicht so klug von mir. Ich muss auf das level ich hier am besten. Da kann der oben mich, glaube ich, nicht sehen. Der sieht mich auf keinen Fall. Nö. Ähm, gut. Jetzt kann ich den umhauen. Verdammt. Nein. Verdammt. Mach auf. So. Jetzt brauche ich den nicht mehr. Den kann ich jetzt... rein in Gewissens umnocken. Nein. Fuck. So. Ich muss nochmal kurz die Tür öffnen für mich. Merci. Merci beaucoup. Kuh. Kuh. Du dumme Kuh. Muu. Jo. Jo. Obwohl. Komm ich denn überhaupt noch raus? Weiß es nicht, ne? Okay. Schauen wir mal, ob es vom Timing her überhaupt geht, dass ich die beiden zusammen unknock. Und ich will endlich auch eine Pistole haben. Warte mal, bevor ich das mache, ich gucke erstmal, ob ich überhaupt wieder rauskommen würde. Da oben komme ich nur durch Lila raus. Und Lila kann ich selbst aktivieren, aber das bleibt nicht lange genug offen. Und den da kann ich nicht aktivieren, weil es nirgends wo... Scheiße, da muss ja auch noch mehr. Ich sperre die Wache ein. Ich meine, es bringt mich ja nicht um, wenn ich ihn nur einsperre. Das wieder lösen. So, jetzt kann ich mich beruhigt auf den Ebenen bewegen. So, wo gibt es denn noch, ähm... Noch was zu holen. Da ist der Laptop. Ähm... Die gelbe Wache brauche ich die. Ja, zum Öffnen der... Obwohl, die brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, ich könnte sie umknocken, wenn die beiden gleichzeitig durchlaufen. Ich muss ihn sowieso rauslassen, also... Ich kann ihn nicht umknocken. Was mache ich denn? Ich muss die Tür offen haben. So. Ach, Gott, doch mal. Bin ich erschrocken. Jetzt zackere die nochmal. Okay. Okay. Fritz Gessler, Kelly Eggland. Such a great credit. Quiz. If Rook did have you working on something. Something that hit the personal security market, but would still be legal. If during the gun ban, even during the gun ban, would she ask you to keep it confidential? And if she did, would you agree? And if you did, what would you say about it to me? You get it yet? Friendly greetings. Schnell nach unten. Lauf, 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 lauf. So. Ähm. Jetzt kann ich den wieder einsperren. Nein. Och Gott, bin ich doof. Falsch rum. Zei. Ein Kurzschluss erzeugt. Ähm. Ja. Das heißt, ich kann jetzt wieder auf die oberste Ebene. Lass dann den ganz unten wieder frei. Okay. Oh, ich muss hier aufpassen, weil sonst sieht er mich. Ach nee, der geht ja gar nicht mehr darüber. Okay. Gut, der darf den wieder freilassen. Der kann mich, glaube ich, nicht sehen. Nee. Alles gut so. So. Und das muss ich noch mit dem vorbehalten. Fuck. Das ist jetzt doofes Timing. Wuhu. Mission erfüllt. Bam. Optionales Ziel erfüllt. Lärm habe ich zwar ein bisschen gemacht, aber keine Gewalt angewandt. Keine Zeugen. Ja, Zeit habe ich gebraucht. Aber das ist ja... Findet okay? What the hell is this? Some kind of electric accelerator. My... My R&D guys looked into something a bit like it for projectile ones. Drop it in a trash can at Union. I'll have something pick it up. Plan the trigger and move it to the TX facility. Okay. 400? 400? Death loot. Some incoming shoots miss. Hm. Nee, ich würde es vorziehen, wenn sie nicht auf mich schießen würden. Muffle breaking glass. Oh, das wäre nicht schlecht. Booby trap electronics. Long shots. Revire enemy guns. Oh, nice. Und Handgun kickt ein Hund aus. Geschwindigkeit oder... Die Höhe reicht mir eigentlich momentan. Wir haben uns keinen Farber entbCómo. Wir haben hier.